Wie ist eigentlich dein Haar so? Ist der eher blass oder schon kräftig? Mein Cock ist schon recht kräftig, ja. Der ist, äh, kommt drauf an. Manchmal auch fest. Okay. Ja, das ist nur für echte Männer. Also mit cremig hätte ich ja noch gerechnet, aber fest ist schon hart. Hallo, meine Brows und Proudins und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PvP. Heute spielen wir eine Runde Jump League zusammen mit dem Ness. Hallo, hallo. Wir sind ja bekennende Profis im Jump'n'Run, ne? Ja, schon. Ja, gut. Dann haben wir das auch geklärt und ja, machen wir einfach ein bisschen. Du bist auf jeden Fall besser, glaube ich. Ich bin besser als du. Ja, schon. Das glaube ich nicht. Ja, doch, doch, ich glaube schon. Ich habe schon zwei Jump Fails und du? Äh, noch keinen. Siehst du? Aber das liegt doch nur daran, dass ich das gestern schon mal hatte. Ah, okay. Meinst du den Part hier, oder was? Als du gestern schon mal? Genau, genau. Und ich weiß, dass ich daran verzweifelt bin. Ja, doch, unfair ist das schon. Okay. Wenigstens hieß es ein... Oh, ich habe Gehirne. Gehirne! Gehirne? Ah, meine Truhe war echt nice, ey. Ich hatte Kettenschuhe, goldene Hose, Steinachst. War ganz nice eigentlich. Okay, warum? Ja, ich weiß nicht. Finde ich jetzt aber schon ein bisschen frech. Das Ding danach ist ein bisschen leichter. Ja, es wird aber auf... Also, weiter hinten immer so schwerer. Oh, fuck. So weit du bist in dem Part. Ja, ja, ich weiß, den hatte ich gestern auch schon. Wow, okay, das war schon ganz schön. Ich bin auch Profi, ich kenne auch alles. Ich kenne auch hier jeden Jump. Jeden Jump in- und ausländisch, kennt er. Jeden Jump. Jeden Jump. Kann ich alle im Schlaf, ey. Im Schlaf. Im Schlaf. Im Schlafanzug vielleicht, ja, wie gerade jetzt. Aber nicht im Schlaf. Pelsi. Okay, wo bist du so? Ich bin nur noch bei dem Part. Beim ersten? Nee, nee, beim zweiten. Bin zweimal runtergeschwabt und... Okay. Den danach hatte ich noch nie. Ach, komm. Okay. Verdammt. Hallo, Truhe. Hallo, Truhe. Ich finde echt, echt geil. Ach, komm. Immer bei diesem pinken Nippelkack, ey. Bei dem pinken Nippelkack? Ja. Okay. Findest du das? Problem? Den Part kenne ich aber. Ja? Ja. Okay. Ähm, ja. Ach, komm. Und ich weiß, dass er mich schon mehrfach zum Verzweifeln gebracht hat. Echt? Ja. Bisher finde ich den gar nicht so schwer. Nur meine Unfähigkeit. Versuche mir halt hier... Die gute alte Unfähigkeit. So ein bisschen mich zu ärgern. Dich zu ärgern? Finde ich aber schon... Na, Alter. Aber gerade schon ein bisschen knapp. Die Truhe hole ich mir einfach jetzt schon, weil ich es kann. Hätte ich vielleicht auch an der einen Stelle machen sollen. So, wo muss ich jetzt? Darüber auf den braunen Nippel. Ja, auf den braunen Nippel. Okay. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen... Ah, spring doch, du Horst. Du Horst. Horst steckt im Adler. Horst. Horst. Kennt du? Huuu. Fuh mein Life, ey. Fuh mein Life. Lucky erst mal runtergeblumst. Kennst du Fuh mein Life? Was? Den asiatischen Schriftsteller Fuh mein Life? Fuh mein Life? Ja, kennst du den? Ja, na, sicher. Wer kennt ihn nicht? Ja. Ein guter Freund von mir. Ach ja. Ja, doch. Sag mal, du hast schön groß hinten siehst. Er kennt mich auch. Bin ich behindert, Alter? Der kennt dich überhaupt gar nicht. Klar kennt der mich. Mein Life ist ein Einsiedler. Na und? Ich auch. Ein Einsiedlerkrebs, ein japanischer. Japanischer Einsiedlerkrebs. Ja, aber Schriftsteller. Japanischer Einsiedlerkrebs, Schriftsteller. Nice. Ja, deswegen ist er ja recht bekannt. Aber der mag halt nicht so gerne unter Menschen sein. Ja, wäre schon. Natürlich. Komm ich da... Nein! Na, ach, das... Ich hör auf, ey. Ich hör auf. Du hörst auf? Wie geht das denn bitte? Was denn? Ich sneake mich an die Truhe ran. Ja. Also geh da ein Stückchen näher hin. Okay. So, dass ich sie öffnen kann. Und als ich sie geöffnet habe, falle ich einfach runter. Geht doch nicht. Das geht doch nicht. Verstehe ich jetzt aber auch nicht so richtig. Richtig, richtiges Mob-Game. Mobbing! Ich hatte diesen Part jetzt schon. Nein! Doch! Der Sprung war zu leicht für mich. Dass ich gedacht habe, ja, das ist ja easy. Wo bist du denn? Ich denkst mal einen Ticken kürzer. Ja, immer noch bei diesen Nippels. Ja, immer noch bei diesen Nippels. Ja, da ist ein so ein frecher Sprung nochmal, ne? Ich weiß nicht. Ich war gerade kurz vor der Leiter. Und davor war so ein richtig easy. Alter, ich schaffe diesen Sprung nicht mehr, ne? Sprung. Nice. Wieso schaffe ich denn diesen Sprung jetzt nicht mehr? Ich habe ihn doch eben schon einmal geschafft, Dame. Weiß es nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin gerade nicht so... Oh Mann! In Höchstform. Fu Man Li... Ne, wie war's? Fu Man Live. Fu Man Live. Fu Man Live? Aber Fu Man Li ist doch auch ein ganz berühmter Schriftsteller, oder? Ja, das ist sein Bruder. Genau. Oh Mann! Aber die verstehen sich ja nicht so gut. Ne, 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 ne. Hab ich auch schon gehört. Dritten damals. Ja, ja, ist das schön. Ganz schön. Frech war es auch Fu Man Live gemacht hat. Ich bin jetzt auf dem Glas. Ah, okay, da ist der Chatpoint. Oh mein Gott! Oh mein fucking... Goodness! Amazing! Amazing! Ist das fucking amazing? Pretty... Amazing. Pretty. Pretty amazing. Genau. Truhe! Oh, ja. Oh, nee! Nochmal alles mal. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas... ...dabei war, was ich brauchte in der Truhe. Ich glaub einen Goldharnisch hatte ich noch nicht. Goldenharnisch. Besser als Goldenharn. Nein! Wie ist eigentlich dein Hahn so? Ist der eher blass, oder? Schon kräftig. Mein Cock ist schon recht kräftig, ja. Danach hab ich den nicht gefragt, aber gut. Wie? Ja, nicht dein Hahn. Dein Harn. Ach, mein Harn. Ja, ja. Der ist, äh, kommt drauf an. Manchmal auch fest. Okay. Ja, das ist nur für echte Männer. Also mit cremig hätte ich ja noch gerechnet, aber fest ist schon hart. Also im wahrsten Sinne, ne? CREMIG? Nein, deswegen bin ich grad nicht so ausgetickt. Es gibt jetzt Lucky Blocks, die nichts machen. Ja, nothing happened, klar. Schon lange. Den hatte ich noch nie. Noch nicht mal irgendwo gesehen in irgendeinem Video oder so. Oft, so ganz oft. Schafft man den Sprung? Oder gibt's da irgendwie... Jetzt ist die Frage, schafft man den Sprung, oder? Am Anfang, in diesem Wüstenbiom da. Ja, den Sprung schafft man. Der so richtig weit ist gleich. Naja, man schafft alle Sprünge. Kein Stress. Ne, nicht, dass man irgendwo hochkledern muss erstmal. So weit ich weiß nicht, nein. Oh, ich hatte diese Ringe. Come on. Ich schaffe es nicht. Oh, come on. Das ist doch schon eine peinliche Vorstellung, die hier läuft. Oh nein, ich hab's geschafft. Damit rechnet doch keiner. Bist du weitergelaufen, oder was? Ja, weiter gesprungen halt. Du dachte, ich press mal richtig Pat auf die Leertaste. Alter. Okay. Der Sprung wird ja noch heftiger. Ich hab ihn geschafft. Nein! Wie ärgerlich. Oh nein, Nippelsprünge. Direkt beim ersten Kontakt gefallen. Nice. Komm schon, ich will noch die Kiste hier haben. Ja, noch ist ja Zeit, ne? Ja, viel nicht, ne? Ja, doch, doch. Das ist richtig schwer hier gerade, das Modul. Alter, das fand ich aber auch schwer. Ich hab mich auch recht lang dran gehangen. Mann! Okay. Los, los, los! Woo! Nein! Ich hab doch da hinten schon irgendwo Partikel gesehen. Komm, 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 komm. Eine Chance hab ich noch. Okay, eine noch. Wow. Aber wenn ich jetzt runterfalle, dann rüste ich mich, glaube ich, aus. Okay. Ich rüste mich aus. Nein! Oh nein! So, wir machen das schon mal alles. Da war doch der Checkpoint gerade. Ich hab Lappen. Checkpoint, sagt er. Och, komm. Ich muss mich jetzt auch ausrüsten. Bringt ja nix. Ah. Das, wow, ich hab echt die beste Ware der Welt gekriegt auch. Ja? Mhm. Was hast du? Holzschwert. Ja, ich auch. Aber ganz gute Rüstung. Zumindest passabel. Alles Gold und einmal Kette. Okay. Dafür, dass ich halt nirgendwo war. Oh, ey, da bist du. Ich greif dich mal nicht an. Ich bin noch halb Leder. Ja. Sonst hätte ich dich gerade angegriffen. Das ist aber nicht so nett gewesen. Wir machen mal Friedenspakt, ne? Ja, machen wir mal Friedenspakt, genau. Da hinten ist einer, da oben. Okay, komm, den hole ich mir mal. Er hat so viel bessere Rüstung als ich. Er leckt so ein bisschen, hab ich das Gefühl. Ich hab ihn. Nice. Ich hab auch einen bekommen, der komischerweise, der stand an der Glaswand und hat mit seiner Angel da reingespampt in diese Glaswand. Ich weiß nicht, was er getan hat. Ja, und mit dem Rücken stand er halt zu mir, ne? Oder beziehungsweise zur kompletten Map. Okay. Ich weiß nicht, was genau er davor hatte. Das weiß ich auch nicht. Ich glaub, er wusste nicht, dass man hier kämpfen muss. Einfach, oh Gott, der ist full Iron, der Dude. Oh mein Gott. Full Iron? Full Iron. Wenn ich so was sag, Junge. Ja, ist der? Keine Ahnung. Ich bin einfach nur schnell wieder weggerannt. Schnell wieder weg. Oh Gott, der ist auch mega gut equipped hier gerade. Aber der hat nur noch Holz, sagst. Oh, hi, 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 hi. Einfach mal raufkloppen hier. Hey. Hilfe. Komm her. Nein. Ja, das brauchte ich jetzt aber gerade mal. Okay, diesen Rackboost. Okay, Rackboost. Oh, hier ist eine Endertruhe. Nein, sie ist weg, verschwunden von meinen Augen. Da war so gute Rüstung drin. Da bist du jetzt schon wieder. Hey, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was? Ich würde auf den Hinterdir gehen, ne? Das ist ja gut, der leckt. Na, komm her. Oh, nee, jetzt kommt noch einer von hinten abstauben, oder was? Ja, Sighi. Deswegen wäre ich ja nicht auf mich gegangen. Hä? Woher soll ich wissen, dass der da noch kommt? Das habe ich gar nicht gesehen. Es kommt immer einer. Es kommt immer einer. Immer. Ja. Ich will jetzt aber auch nicht einen auf Pussy machen und hier campen. Das ist doch scheiße. Warum nicht? Das gefällt mir nicht so. Okay. Komm, den habe ich so schön getroffen. Okay, mal gucken. Komm, jetzt lauf nicht die ganze Zeit weg, Junge. Doch, doch. Hinter mir ist doch schon wieder einer. Push mich. Das ist eine gut olde Taktik. Ja, Sighi, hittet er mich jetzt, weil er das tot ist. Ja, geil, komm. Nein, ah! Bist du tot? Nee. Lauf, 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 lauf. Ich bin hinter dir. Ja, ich lauf. Ach, komm. Das ist so unfair gewesen. Schon wieder? Das ist der Full-Iran-Dude. Okay. Letztlich. Finaler Kampf hier gerade. Okay, nice. Er läuft weg. Ach, komm, Mann, Alter. Er mit seiner Angel. Ich hasse Angeln, ne? Ja, Angeln sind echt... Boah, Mann! Du Fickkopf, Mann! Verpiss dich doch mal! Deiner verfickten Drecksangel. Oh, geil. Oh, geil, zwei, oder? Oh, geil, das bin ich gewesen. Mega nice. Hier oben ist noch einer. Ja, ja. Oh, Gott, ich glaube, er hat abgelassen von mir. Oh, Gott. Und der mir ist der Iron-Dude. Mega nice. Ja, ja. Oh, Gott, ey! Was ist das für eine Runde? Wie sieht's aus bei dir? Ja, alles gut, Gott. Gut, wenigstens was. Konntest du mir zumindest mal einen Kettenhelm holen, aber Kettenhelm ist ja nicht genauso gut wie ein Goldhelm. Ja. Ja, aber gut, da lag eh nichts besseres drin. Und daher... So, ich konnte dem Iron-Dude zumindest entkommen gerade. Ist schon mal ganz gut. Wo ist denn der Iron-Dude? Weiß nicht, wir müssen auf jeden Fall auf den drauf gehen. Liehst du ihn? Ja, ja, er guckt gerade eine Kiste an. Oh, Gott, oh, Gott! Wie hat er das denn gemacht? Da, fuck! Ich komm nicht ran an ihn. Oh, ich bin fast tot. Der mit sein... Ich bin tot. Ja, ich geh sofort drauf. Der mit seiner Angel einfach! Was ist das denn? Ja, kein Plan, keine Chance. Fuck. Was zur... Das war auch, glaube ich, er hat erst Jump'n'1 gewonnen, halt, am Anfang. Ja, wahrscheinlich. Ja, so, dass der Quipfers sehr hatte, ey. Das war natürlich schon ein bisschen overpowered für uns. Ja, aber gut. Ich hasse so Modi, wo man so derbe overpowered sein kann. Ja, das stimmt allerdings. Obwohl ich das Prinzip von Jump'n'1 eigentlich ganz cool finde, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall cool, macht ja auch Spaß, hat ja auch so Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, das stimmt. War noch eine schöne Runde. Ich glaube, ich habe... Warte, ich kann ja mal ganz kurz nachgucken. Ich hatte... Wo steht's? Hier, vier Kills. 37 Jump'n'1, nice. Oh, ich hatte auch vier Kills und 36 Jump'n'1. Oh, aber ich war auch eine ganze Ecke weiter als du. Was bist du? Distanz habe ich 218 gehabt. Ja, Distanz hatte ich... Was ist besser, mehr oder weniger? Ne, mehr. Hatte ich 219? Natürlich. Kannst du das Gegenteil beweisen? Eigentlich war weniger ja besser. Äh, ja, dann hatte ich 219. Gut, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein, Herr Flo. Gerne, gerne. Schaut auch gerne bei Herr Flo vorbei. Dort gibt es auch ganz viele Minecraft. Und auch ganz viele Minecraft-Streams. Müsst ihr einfach mal reingucken bei ihm. Wenn er mal wieder streamt. Natürlich immer so ein... Das ist ein ganz schöner Fraudenser, ein ganz schöner frauler Bub. Schaut nicht bei ihm vorbei, alles ist gut. Bleibt bei mir. Bis zum nächsten Mal, dann vielen Dank und tschau. Finde ich jetzt nicht so nett. Nicht? Nö. Aber es war vertraglich so... Gemacht! Okay, Mann. Das ist ja in Ordnung. Schreib mich nicht an! Jutsch.